Okay, los geht's. Objects, Blocks, Files. Wer bin ich und warum rede ich über das Thema? Mein Name ist Marcel. Ich bin Software Engineer bei Quobyt. Das ist ein verteiltes Filesystem. Ich muss mal gerade was großziehen, sorry. So, vorher habe ich etwas an Ceph gearbeitet, an der Uni Mainz, dort unter anderem Ddub und wie man aus Ceph ein Cold Storage System macht. Zusammengefasst, ich mag Storage, ich mag das Thema. Auf der Foscon 2016 habe ich einen Talk gehalten über Linux-Filesysteme und heute versuche ich etwas, allgemeiner über das Thema zu reden. Deswegen, was ist meine Motivation? Immer wenn man über Objekte, Blöcke, Dateien redet, es gibt schwer, dort allgemeine Antworten zu finden. Was bedeuten die Begriffe überhaupt? Was meine ich mit Objekten? Gibt es dort überhaupt eine allgemeine Definition? Viele Begriffe sind in irgendeiner Form überladen, sind unpräzise. Mir geht es darüber, erstmal ein bisschen die Begriffe zu erklären und danach ein paar Beispiele zu geben, was dort für Implementierungen existieren, was dort für Probleme auftreten können und was dort für Trade-offs existieren. Okay, grobe Outline ist, ich fange tatsächlich mit ein paar Definitionen an, dann erzähle ich kurz, wie sich das alles einreiht in den Linux-Storage-Stack, dann werde ich anfangen, Beispiele zu geben, ein bisschen was zu Block, dann zwei Sachen zu verschiedenen Arten von Object-Stores und danach geht es danach POSIX-Files. Okay, Definitionen. Die meisten Definitionen kommen aus dem SNIA-Dictionary, wer die SNIA vielleicht nicht kennt, das ist ein Storage-Industrieverband, der als Teil seiner Arbeit unter anderem ein Dictionary rausgibt. Sehr praktisch, hin und wieder mal nachzuschlagen, die erklären wirklich so ziemlich alle Begriffe in der Richtung. Also, was verstehen ihr unter einem Block? Das ist erstmal eine Einheit, in der Daten gespeichert und geladen werden kann. Okay, das ist noch nicht so ganz so viel. Die Definition von Disc-Block ist dann schon etwas interessanter, und zwar steht dort auch bei, dass es eine feste, benutzbare Größe gibt. Das heißt, in irgendeiner Form, intuitiv macht das Sinn, ein Block hat irgendeine feste Länge. Aber es ist relativ wichtig, dass man nicht vergisst, dass Blocke feste Längen haben. Normalerweise steht dort, sind die in irgendeiner Form durchnummeriert. Okay. Was fehlt dort? Weder Name noch irgendeine Art und Weise, wie man diese Dinger finden kann. So, Files, wie sind die definiert? Wir haben eine Sortierte, wir haben eine Sequenz von Bytes, wir haben einen symbolischen Namen, mit dem man das Ding identifizieren kann, und wir haben Eigenschaften, wie zum Beispiel Ownership, Access Permissions, alles Mögliche. Und hier der untere Absatz grenzt das Ganze ganz praktisch ab von Blöcken, denn Dateien können erstellt und gelöscht, und meistens können sie auch größer und kleiner werden zu ihrer Laufzeit. Auch ein guter Ort, um Definitionen zu finden, ist die POSIX-Spec. Die POSIX-Spec erweitert das Ganze noch darum, dass Dateien auch Typen haben können. Zum Beispiel das reguläre Dateien, aber auch ein Directory, oder Special Files, denn alles ist eine File auf Unix-Systemen, zum Beispiel auch der Block Storage. So, und was ist denn jetzt ein Objekt? Die Definition ist unglaublich vage erstmal. Also, der erste Teil, General, sagt so ein bisschen, ja, das kommt irgendwie aus objektorientierten Systemen, aha, schön. Der letzte Teil zu Data Management, okay, Encapsulation of Data and Associated Metadata. Das kann echt viel bedeuten. Deswegen habe ich mal meine Arbeitskollegen in der Küche gefragt, was ist für euch ein Objekt? Die erste Antwort war, macht das überhaupt Sinn, dafür eine Definition zu finden? Okay, schön, vermutlich nicht, wenn du das so sagst. Dann kamen ein paar interessante Antworten, und zwar zum Beispiel geht es um Scale. Immer wenn ein Objekt geht, geht es um Scale. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, Millionen von Bildern, die sind problematisch auf ein Dateisystem abzuspeichern. Denn Dateisysteme bringen Suchstrukturen mit sich, mit Millionen von Einträgen sind problematisch. Und wenn ich zum Beispiel eine Million von Bildern hoste, brauche ich vermutlich eh irgendeine Datenbank, um das Zeug zu indizieren. Das heißt, dafür bietet sich das ja doch irgendwie an, einen laxeren Begriff zu haben, von wie meine Daten aussehen. Dann war noch oft eine Antwort, bei Blöcken denkt man meistens an HTTP. Simpleres Zugriffsmodell und vielleicht, und oft auch, dass es keine partiellen Updates gibt für Objekte. Okay, zusammengefasst, Dateien, Bytes, Metadata und irgendeinen Name, der das Ding identifiziert und das Zeug ist auffindbar. Blöcke, festes, festes Ding und in irgendeiner Form vermutlich durchnummeriert. Objekte, kann fast alles sein. Okay, wie ungefähr gliedert sich das Ganze in den Storage-Stack ein? Hier auf der rechten Seite des Bildes werde ich noch zweimal den Ausschnitten zeigen. Das ist ein super Bild, um zu erklären, wie der Linux-Storage-Stack ungefähr aufgebaut ist. Denn er enthält so ziemlich alles. Hier auf der linken Seite das Ganze mal ein bisschen schematischer. Das heißt, irgendwo haben wir User-Space. Darunter kommt das VFS, das ist der große Universal-Adapter für alle Filesysteme. Darunter kommt in irgendeiner Form der Block-Layer. Der abstrahiert wiederum die nächste Schicht und das sind meistens Devices oder das Netzwerk. Das Netzwerk ist so ein bisschen wie ein Tetris-L aussieht. Das liegt daran, dass es auch Dateisysteme gibt, die nicht direkt mit Blöcken umgehen, sondern die erst mal dazwischen, die mit dem Netzwerk reden. Wie sieht das ungefähr im Linux-Storage-Stack aus? Ein großer Teil von diesem Bild wird eingenommen von Blöcken. Das liegt unter anderem daran, dass wir bei Blöcken tatsächlich im Hardware-Land sehr oft sind und dass wir eine Menge Devices in irgendeiner Form abstrahieren müssen. Zur oberen Kante hin ist die Abstraktionsschicht, das ist der Block-IO-Layer. Der hat natürlich auch nochmal in irgendeiner Form virtuelle Block-Devices, wie zum Beispiel ein RAID, was, wenn man sich zum Beispiel RAID 1 vorstellt, hat mehrere Hardware-Devices. Da drüber sind die Files in dem VFS. Ich werde zwischen dem Talk ab und zu mal so eine Einstreufolie haben, denn ich wusste nicht ungefähr, wo man das am besten unterbringt. Und hier die erste, und zwar, wenn man über Storage-Systeme redet, dann ist es eins der Sachen, an die man meistens denken muss, wie funktioniert Placement. Mit Placement meine ich, ich habe ein Datenobjekt, wie findet es einen Ort? Das kann zum Beispiel im oberen Fall sein, wie findet einen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich meiner Festplatte sage, schreib Block 5, dann muss diese Festplatte berechnen, wo muss ich hinspulen, welchen Kopf muss ich benutzen. Das muss in irgendeiner Form berechnet werden. Es gibt dort zwei verschiedene Richtungen. Es gibt entweder berechnen ich, oder ich gucke es in einer Datenstruktur nach. Danach kann man sehr viele Storage-Systeme einklassifizieren. Üblicherweise berechnen ist tendenziell erstmal schneller, aber kann auch unflexibler sein. Das ist in der Mitte zum Beispiel, was viele Storage-Systeme, gerade Object-Storage-Systeme tun, ist, sie berechnen in irgendeiner Form einen Hash, nehmen das Modulo der Storage-Nodes und da landen die Daten. Das ist sehr grob simplifiziert, aber passt sehr gut zu dem Konzept. Unten angedeutet in B-Tree, viele Dateisysteme finden, finden die Blöcke auf, mappen Blöcke in der Datei zu Blöcken auf Storage, indem sie Suchstrukturen haben. So, zum ersten konkreteren. Block Storage. Der untere Teil von dem Bild. Ich hätte es eben schon angedeutet, es ist hauptsächlich Hardware-Land. Es ist viel SCSI auf dieser Ebene zu finden, aber nicht nur, es ist nicht nur Hardware, zum Beispiel hier unten findet man auch Network, zum Beispiel es gibt iSCSI, das Ganze SCSI über TCP-IP. Andere, es kann zum Beispiel sich hinter dem Block-Device auch ein ganzes riesiges System verbinden, zum Beispiel im Fall von Rados-Block-Devices, ein Teil von Ceph, ist auf einmal ein riesiger Storage-Cluster abstrahiert hinter meinem Block-Device. Ganz spannend ist auch der Teil, klick, dort in der Mitte, denn was dieser Layer auch Wichtiges tut, ist I.O. zu schedulen. Wenn wir meine ganzen Dateisysteme Schreiboperationen machen, ist es wichtig, dass sie in irgendeiner Form sortiert werden, damit sie dann von den Hardware-Devices abgearbeitet werden. In den sehr frühen Zeiten hießen die Dinger oft auch Elevators, weil Festplatten bewegt sich der Kopf, das heißt, es ist in etwa eine Optimierung, wäre in etwa den Kopf so fahren, so Blöcke abzuarbeiten, wie zum Beispiel ein Aufzug in einem Hochhaus Anfragen abarbeitet. Ganz oben gibt es die virtuellen Block-Devices, dort gibt es zum Beispiel dann nochmal Volume-Manager, dort gibt es Rates, wie ich schon eben gesagt habe, die aus einem Device mit mehreren Hardware-Stücken reden. Was gibt es auf dieser Ebene? Wir haben lokalen Storage, wir haben SCSI, wir haben ATA, wir haben NVMe's mittlerweile, es gibt die ganzen virtuellen Sachen, es kann sich auch Netzwerk dort befinden, oder gleich in irgendeiner Form Distributed Systems. Was alle Block-Devices, Block-Storage gemeinsam hat, ist, in irgendeiner Form muss das Zeug veredelt werden. Das heißt, meistens hat man oben drauf ein File-System, es gibt allerdings auch Datenbanken, die damit reden. So richtig nützlich in sich selbst ist es erstmal nicht. So, jetzt mein erstes Beispiel zu Object-Stores. Rados. Wenn man über Rados redet, muss man über Ceph reden und wenn man über Ceph redet, sieht man meistens dieses Bild. Rados ist der Name des Object-Store-Bestandteils von Ceph. Es kümmert sich um die Platzierung von Objekten, es kümmert sich um Replikation, es kümmert sich um Ausfallsicherheit. Es bietet nach oben hin eine Schnittstelle an, mit der andere Applikationen, die andere Applikationen nutzen, um wieder so eine Art Veredelung, wenn man möchte, herzustellen. Da ist zum Beispiel Rados Block-Devices ein Thema, das ist etwas, was man häufig in Intercuemo zum Beispiel findet. Eine andere Möglichkeit ist Rados Gateway, das kann mir S3-Objekte abbilden auf Rados-Objekten. Oder CephFS, was ein Distributed File-System ist, was auf Rados aufsetzt. Das heißt, Rados ist ein bisschen eine Infrastruktur-Komponente, aus der man sich Storage-Systeme, also nicht Storage-Systeme, sondern Storage-Interfaces bauen kann, die danach erst üblicherweise von Developern benutzt werden. Wie sieht so ein Rados-Objekt aus? Rados-Objekte sind mit dem Namen adressiert. Das heißt, Rados verwendet den Namen, um dieses Objekt zu platzieren im Cluster. Wie das ungefähr funktioniert, erkläre ich gleich. Normalerweise sind diese Objekte 4 MB groß. Das ist so ein bisschen in eingeschwungene Größe. Die Dinger können kleiner sein, die können größer sein. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, ist so eine, ich glaube, ein Maximum liegt bei 100 MB, irgendwas in der Richtung. Was die an Operationen bieten, ist Standard, Create, Read, Update, Delete. Allerdings unterstützt die auch Partial Rights. Das heißt, ich kann Teile von dem Objekt überschreiben, wenn es schon existiert. Alles ist in irgendeiner Form in Transaktionen von den OSDs verpackt. Das heißt, ich habe atomare Operationen, die ich da drauf mache. Dann ein sehr spannendes Feature ist, ich kann meinen OSDs, also OSDs sind die Dinge, die Objekte speichern, Object Storage Device. Kann man im Ceph-Umfeld ungefähr sagen, das ist die Festplatte. Man kann diesen Services eigene Commands hinzufügen. Da geht zum Beispiel, man kann die Dinger Rev-Counted machen. Man kann zum Beispiel sagen, lösch dich selbst, wenn dieser Rev-Count auf Null wird. Man kann zum Beispiel Operationen hinzufügen, wie, gib mir den MD5-Hash von dir selbst. Das klingt erstmal, wofür brauche ich dich so was? Naja, zwischen meinem Client und der OSD liegt immer Netzwerk. Das heißt, jedes Byte, was ich sparen kann, was über das Netzwerk geht, ist ein Gewinn für mich. Dann hat ein Ceph-Objekt nicht ein, sondern zwei Key-Value-Stores. Das hat einmal Extended Attributes, die sind in etwa so, wie man die Dinger vom File-System kennt. Und gleichzeitig dazu gibt es noch die OMAP, das ist nochmal ein Key-Value-Store. Wofür werden diese Dinge benutzt? Naja, zum Beispiel diese Custom Commands, die heißen Object Classes, wenn das einer googeln möchte, die werden von all den höheren Ceph-Applikationen, zum Beispiel den S3-Gateway, werden die benutzt, um diverse Operationen zu optimieren. Und diese Operationen werden in Transaktions-Kontexten ausgeführt, das heißt, ich bekomme die auch atomar auf einmal. Was so ein Objekt noch kann, ist, es gibt einen Watch-Notify-Mechanismus, das heißt, ich kann, ich finde das Feature sehr krass, das ist ein Objekt, ich kenne nur den Namen, ich sage, ich würde gerne einen Watch definieren. Dann kommt ein anderer Client her und Notified, und das wird mir gegeben. Das heißt, ich kann ganz viele Clients einfach synchronisieren über ein Objekt. Und wo sind diese Objekte? Die Objekte, wo die liegen, wird berechnet. Das ist ungefähr Ceph-Placement in ganz kurz. Wir haben einen Objektnamen, wir hashen den, wir mappen den damit auf eine Nummer. Eine Nummer, in diesem Fall, ist die Placement-Group. Das ist ein relativ statischer Wert. Man kann ihn verändern, aber man kann ihn als relativ statisch annehmen. Diese Nummer, das ist meistens pro Pool, ich glaube, man nimmt so 100 pro OSD, es kommt darauf an, wie groß ein Storage-Pool ist, also ein paar hundert davon. Das ist die Eingabe von Crush. Crush ist der Placement-Algorithmus von Ceph. Der nimmt als Eingabe die Nummer, von der ich gerade geredet habe, die Cluster-Map, das ist globaler State, den Ceph miteinander repliziert. Da stehen unter anderem Regeln drin, wie ich hätte gern drei Replikate, aber mach mal bitte, dass die nicht alle in einem Rack sind. Das kann ich damit angeben. Und am Ende fällt eine Liste mit Object-Storage-Devices raus, an denen das Zeug weitergegeben wird. Dass das so funktioniert, ist gleichzeitig ein großer Vorteil und ein großer Nachteil. Der große Vorteil ist, in meinem IO-Pfad gibt es keinen Look-Up für irgendeine Placement-Information. Der große Nachteil ist, es gibt keinen Look-Up für irgendeine Placement-Information. Das heißt, ich kann nicht wirklich hart bestimmen, wo die Dinger landen. Das heißt, wenn ich auf einmal ein sehr, sehr heißes Objekt habe, die können vorkommen, weil nicht jedes Objekt ist gleich. Man kann sich vorstellen, wenn ich S3 mappe auf Ceph, dann muss es irgendwo einen Header geben. Und dieses Header-Objekt werde ich tendenziell öfter benutzen, als irgendein Datenteil zwischendrin. Was heißt, ich habe auf einmal Objekte, die sind heißer als andere. In der Theorie heißt es, je mehr Objekte ich habe, desto besser müsste sich das eigentlich ausbalancieren, aber das muss nicht unbedingt so sein. So. Noch ein Einschub. Fast alle verteilten Storage-Systeme machen es in irgendeiner Form, und zwar Striping. Ich habe gerade gesagt, dass das Ceph-Objekt 4 MB groß ist üblicherweise. Was ist, wenn ich zum Beispiel ein riesiges Rados-Block-Device habe mit einem Terabyte. Ich muss es irgendwie aufteilen. Das mache ich üblicherweise durch Mechanismus, das Striping heißt. Die Idee dahinter ist, stell dir euch vor, ich habe eine Datei, eine fortlaufende Liste von Blöcken in der Datei, und ich fange jetzt nun an, die Dinge abwechselnd auf meine Objekte zu verteilen. So, dass ich, wenn ich am Stück lese, mein Lesen total streue über den Cluster. Denn in verteilten Systemen schlägt Parallelität meistens Lokalität. Das heißt, je mehr auf je mehr Kisten ich zugreifen kann, desto besser. Anstatt, dass ich alles auf einer Kiste auf einem Objekt habe und es mir von einer Kiste hole. So, jetzt ist ganz auch ein Objekt Store, aber tatsächlich etwas ganz anderes. S3 ist vermutlich jeder schon in irgendeiner Form gesehen und benutzt. Was sind die groben Eigenschaften von S3? Das ist HTTP basiert, wir haben Standard Crad Operationen, wir haben allerdings keine Partial Updates. Was es gibt, ist, es gibt ein Chunk Chunked Upload, das heißt, ich kann mein Objekt in mehreren Teilen hochladen und dann sagen, fertig. Und eine ganz, ganz spannende Eigenschaft ist es, die Visibilität von meinen Objekten, die ist Eventual, das heißt, wenn mein Write an S3 successful ist, dann ist das Zeug safe, aber vielleicht sehen es andere noch nicht. Der Grund für so eine Eigenschaft ist, es ist wesentlich effizienter in verteilten Systemen, einfach nicht zu garantieren, dass das Zeug sofort sichtbar ist und oft ist es für Client-Anwendungen nicht unbedingt nötig, dass man es sofort sieht. Man könnte ja einfach einen Retry machen oder vielleicht ist mein S3 Objekt irgendein Upload, der von einem Worker Process wird, das heißt, da gibt es eh genug andere Sachen, die ich machen könnte, anstatt dieses Objekt zu nehmen. Was es auch noch gibt, es gibt auch die Möglichkeit, Objekte zu versionieren, das heißt, ich kann mehrere Versionen vorhalten von einem Objekt. Da wäre dann zum Beispiel ein Beispiel, wenn ich dort ein Update mache, es kann erstmal okay sein, stellt euch vor, ich habe einen Block mit einem Bild drin und ich möchte das Bild updaten. Vielleicht ist es erstmal okay, dass das Bild die alte Version noch eine Weile hat, bevor es die neue wird, solange es da ein Bild gibt. Was gibt es noch zu S3 zu sagen? Ich habe gerade schon erwähnt, dass Seth einen Adapter dafür hat. Ich bin leise. Darf ich weiterreden? was ist passiert? Der Akku ist alle. Oh nein. Okay, ich mache weiter. Ich muss da gucken. Danke. wo war ich? Ah ja, S3. Zu S3 wäre so ein bisschen meine Frage, wäre S3, kann man, S3 hat so ein bisschen, es gibt, das ist die Liste der Storage-Systeme, die einen S3-Adapter haben. Die habe ich von Wikipedia gepullt, die Tage. Ist es ein Gold-Standard für irgendetwas? ich werde gleich zu POSIX-Files noch ein bisschen mehr Concurrency Garantien erzählen. Ich habe es bewusst zu S3 nicht gemacht, denn bei so vielen Implementierungen kann man sich ziemlich sicher sein, dass die sich anders verhalten und andere Feature-Sets unterstützen. Das heißt, ich bin wieder weg. Einfach weitermachen. Alles klar. Weiter geht es mit POSIX-Files. Erstmal, was ist POSIX? Von der Timeline. Unix etwa 1969, POSIX 1988, der Versuch der Standardisierung. Es gab zu der Zeit einfach viel mehr in die Breite, als es vermutlich heute gibt und POSIX ist einfach der Standard dahinter. Die letzte Aktualisierung ist von 2017 und es ist sehr spannend, die POSIX ab und zu mal gegenzulesen zu dem, was zum Beispiel Linux dokumentiert oder die GLib-C dokumentiert. Dazu kann ich empfehlen, die meisten Distributionen haben in irgendeiner Form, irgendein netter Mensch hat mal die POSIX Spec genommen und daraus Man-Pages gemacht und die kann man mit Man-3p bekommen. Die unterscheiden sich meistens in einer Menge Kleinigkeiten zu dem, was zum Beispiel die Linux-Man-Pages haben. Wie sehen die Basics aus zu POSIX? Unsere Files haben Metadaten, ihr kennt die Metadaten im Allgemeinen, wir haben Ownership mit User Group und Other, wir haben Timestamps, wir haben Extended Attributes, das ist wieder ein Key-Value-Store, der an einer File zusätzlich haftet, wir haben Permissions, wir haben die alten Standard-Permissions mit Read-Write-Execute-Bits, es gibt allerdings auch ACLs, da gibt es POSIX-ACLs, häufig sieht man auch NFS-V4-ACLs. Ganz am Anfang in der Definition habe ich kurz von File-Types geredet, POSIX sind Files getypt, wir haben reguläre Files, wir haben Directories, wir haben Symbolinks, wir haben Devices, Everything is a File, das heißt auch unser Block-Device ist am Ende eine File, die auf einem Block-Device liegt, nein, natürlich nicht, die liegen meistens auf virtuellen File-Systemen und wir haben eine Directory-Hierarchie, in der wir baumartig suchen können, jede File hat einen Namen, wo liegen Bullying-Files im IO-Stack, ich hatte am Anfang vom großen Universal-Adapter geredet, wir haben tatsächlich das gleiche Interface für Block-basierten Dateisystemen, für Netzwerk-Dateisysteme, für Pseudo-Dateisysteme, wir haben unsere Prozesse haben Einträge im Dateisystem-Baum, all das in der gleichen Hierarchie und das ist das, was das VFS für uns übernimmt. Für das Weitere sind eher die datenbasierten Dateisysteme relevant, als die Pseudo-Dateisysteme. Also was für Implementierungen gibt es, wir haben lokale Dateisysteme, wie X4, XFS, wir haben Netzwerk-Dateisysteme, wir haben parallele Dateisysteme. Was ist ungefähr ein paralleles Dateisystem? Ich habe eben von Striping geredet, das ist ein paralleles Dateisystem, ist in etwa ein Metadata, ist ein verteiltes System, dort gibt es Metadata-Services, die speichern für jede Speichern den File-Tree ab meistens, speichern zu jeder File ein Layout, das ist der Input zu einem Striper und dann gibt es einfach Data-Devices. Was diese Dateisysteme meistens nicht machen, ist in irgendeiner Form Ausfallsicherheit implementieren. Dann gibt es die Kategorie Shared-Filesysteme, das kann man sich so vorstellen, ich habe fünf Server und die greifen alle auf das gleiche Block-Device zu. Es gibt Dateisysteme, die damit klarkommen und es gibt Dateisysteme, die damit klarkommen. Dann gibt es die Kategorie von den verteilten Fall-Tolerant-Filesystemen, die gehen in die Richtung von parallelen Dateisystemen, aber fügen noch Ausfallsicherheit hinzu. So, das alles hinter dem gleichen API. Wow. Funktioniert das? Jein. Das VFS bildet alles hinter der gleichen API ab, aber diese Abstraktion ist leider etwas leaky. Das heißt, nicht alle Garantien, die POSIX gibt, sind immer überall in jedem Dateisystem gleich. Es ist gerade, wenn man mit verteilten Systemen zu tun hat, wichtig zu wissen, was für Garantien es uns gibt und was meine Applikation wirklich braucht. Deswegen man, dieses API ist alt und komplex. Deswegen ein kleines Beispiel. Das ist, was nötig ist. Ich möchte ein paar Bytes in eine Pfeil schreiben. Wenn die Pfeil nicht da ist, bitte erstellen. Wenn die Pfeil da ist, bitte auf 0 vorher zurücksetzen. Das ist, was nötig ist. Ich hoffe, ein paar Leute zucken gerade, denn schon das hat einen Bug. Und zwar, der Write muss nicht unbedingt die Anzahl an Bytes, die ich schreiben wollte, zurückgeben, sondern es können auch weniger sein. Das heißt, das Ding muss man im Zweifelsfall retryen. Das ist ein sehr komplexes API und das ist so ein bisschen, was ich mitgeben möchte. Es ist komplex, muss aufpassen, wenn man damit arbeitet. Aber die ManPages sind gut, wie ich finde. Was fehlt meistens in den ManPages? Wofür muss man in die Speck graben? Und zwar, was für Garantien in Multithreaded Umgebungen gibt uns dieses API eigentlich? Die POSIX-Spec sagt dazu, zur Atomarität, erst mal, das ist die Liste mit Operationen, die atomar sind. Und zwar, was meine ich damit? Wenn wir zwei Threads haben und Thread A tut etwas und Thread B tut etwas, stelle ich vor, Thread A macht einen Truncate auf Null, auf eine Datei, die vorher einen Terabyte groß war. Was sieht Thread B? Thread B sieht entweder die riesengroße Datei oder eine Nullbyte-File. Thread B sieht nicht irgendetwas dazwischen, wie eine File mit Größe Null, aber mit noch Daten drin, in irgendeiner Form. Das ist ausgeschlossen von dem API. Das ist schon mal super. Was ist noch wichtig zu wissen? Das ist, was die POSIX Spec zu Consistency sagt. Wenn ein Write successful war, muss ein Read die Daten vom Write returnen. Das klingt erstmal, das kann ja nicht so schwer sein. aber wenn wir ein lokales System haben, geht jeder Write irgendwie durch den Page Cache durch. Das heißt, der Read holt es eher aus dem Page Cache raus und wir sind eigentlich fertig. Aber was ist, wenn wir ein verteiltes System haben? Stell dir zwei Clients vor, die auf die gleiche Datei arbeiten. Beide Clients haben Caches. Das heißt, die müssen beide theoretisch das gleiche sehen. Da gibt es mehrere Ansätze, wie das verteilte Systeme tun. Manche tun es gar nicht. Es gibt viele Systeme, die haben einfach etwas, was ich so Open Close Consistency nenne. Das sagt so viel wie, wenn ein Client eine File offen hat, dann ist das halt schlecht. Dann kriegt der zweite Client halt unsaubere Daten oder ältere Daten. Das kann okay sein, wenn man als Entwickler weiß, was man sich einlässt. Die andere Alternative dazu ist, es gibt Systeme, die Cache-Kohärenz implementieren, das heißt, die Clients müssen miteinander reden, wenn sie die gleiche File offen haben. Es gibt Systeme, die schalten Caches ab. Es gibt Systeme, die locken implizit die Regionen, auf die gerade zugegriffen wird. Es gibt viele Möglichkeiten und viel Design-Spielraum an dieser Stelle. Noch ein anderes schönes Ding, was diese API ein bisschen schwer machen kann, ist, ich kann sehr, also es ist ein kurzer Ausschnitt, ich kann sehr dieses Paper empfehlen, All File Systems Are Not Created Equal on the Complexity of Crafting Crash Consistent Applications. Dort wird einmal für lokale Dateisysteme abgegrast, wenn ich einen Crash habe, denn wenn ihr euch gerade an die POSIX Specs erinnert, das redet nur von der Laufzeit, das redet nicht von, was bei Crashen passieren muss. Das ist fast undefiniert. Es gibt verschiedene Datei, die meisten Dateisysteme tun einfach andere Dinge. In dem Paper gibt es eine große Zusammenfassung, mit welches Dateisystem sich unter welcher Bedingung wie folgt verhält, unter Bedingung wie folgt, wie sich, ja, es beschreibt, welchen Crash habe, welche Operationen in welcher Form austreten können und welche Dateisysteme, welche Garantien liefern können. Und zweiter Teil von dem Paper ist, wie verhalten sich Applikationen, kommen Applikationen klar mit den Crashes? Mittelmäßig ist die Antwort. Hier ist ein Beispiel daraus, ich werde es noch kurz beschreiben, diese Operationen auf der linken Seite sind nötig für einen atomaren Crash resistenten Override auf einem lokalen Dateisystem. Was ich dazu dringend sagen muss ist, die Aufgabe ist, A-Fu möchte ich zu A-Bar ändern. Dabei ist ganz wichtig, dass jedes Zeichen hiervon ein Block ist. Was ich dafür tun muss, ist, ich muss einen Undo-Log schreiben, in das Undo-Log schreibe ich drin, so sah meine Pfeile vorher aus, das mache ich hier. Ich muss eine Checksum reinschreiben, um zu erkennen, ob das Undo-Log überhaupt okay ist auf der Festplatte. Ich muss das Ding F synken, das heißt Cache-Flaschen und einen Barrier, das heißt danach darf man mit meiner Operation nicht umsortieren, weil bloß weil ich zwei Writes mache in der Reihenfolge, wie sie im Programm stehen, heißt das nicht, dass diese Writes in dieser Reihenfolge auf meiner Festplatte ankommen. Ganz am Anfang habe ich von IOS Schedulern geredet, wir haben Caches dazwischen, die Reihenfolge ist mir nicht wirklich garantiert, deswegen muss ich F-Syncs einfügen. Auch sehr gerne übersehen ist, ich muss das Parent Directory F-Synken, sonst kann es sein, dass das Directory Entry nicht existiert. Dann erst darf ich meine File schreiben, die muss ich F-Synken, dann kann ich meinen Log löschen und dann muss ich das Krass, ja. Ist es eine gute Idee, das Log zu löschen, wenn das Parent Directory nicht geupdatet ist? Ja. Macht es andersrum noch Sinn? Nee, ich muss das Log ja löschen, aber Also ich hätte noch ein F-Sync erwartet zwischen dem F-Sync X-File und dem Unlink X-Log, weil ich bei einem Crash vor dem F-Sync Slash X Angst hätte, dass das Log vielleicht schon weg, aber die Datei noch nicht mit dem neuen Zustand da ist. Ich fürchte, muss ich drüber nachdenken, ich kann dir aber das Paper empfehlen. Und wenn dich das Beispiel mehr interessiert, zu dem Paper gibt es eine Präsentation von der OSDI Konferenz, wo das Beispiel glaube ich in 20 Minuten erklärt wird. Lohnt sich. Was kann ich zu POSIX noch sagen? Es gibt unglaublich viele Erweiterungen und Verbesserungen über die Jahre, unter anderem die nicht mehr POSIX sind. Das was ich hier beschreibe ist was zum Beispiel Linux noch hinzufügt. Einer meiner Lieblingsdinger ist Femap, damit kann ich mir geben lassen. An welchen Stellen in der Datei sind eigentlich Daten? Sagt mir mal. Damit kann man Sachen effizienter kopieren. Wenn man weiß, wo nie Daten geschrieben wurde, kann man sich geben lassen, wo nur die Daten sind und ich kopiere weniger. Es gibt eine Alternative zu Fsync, es gibt Sync File Range, damit kann ich einfach nur sagen, dieser Teil von der File bitte synchen. Auch nicht uninteressant. Es gibt Direct IO, das ist IO am Cache vorbei. Das wird häufig für VMs benutzt. Es gibt F-Advice, damit kann ich sagen, diese Region erwarte ich Random IO, diese Region von der Datei erwarte ich Sequential IO und kriege dadurch Optimierung hin. Es gibt F-Allocate, damit kann man zum Beispiel sagen, gib mir eine 1TB große File und das unterliegende Dateisystem kann mir das optimieren und schnell geben, anstatt dass ich anfange Nullen zu schreiben. Das kann allerdings auch Löcher in Files stanzen. Wenn man zum Beispiel sagen, diese Region bitte deallokieren. Das klingt erstmal komisch, aber zum Beispiel stellt euch vor, ihr habt eine VM mit einem Disk Image drunter. Wenn ich in der VM einen Trim Command ausführe, muss das ja irgendeine Semantik da drunter haben. Das wird meistens umgesetzt, indem man die Region da drunter mit Hole Punch Operation ausführt, die dann meistens in eine Trim Operation wieder umgesetzt wird. Das kann ich zusammengefasst sagen, um Philosophen Spider-Man zu zitieren, with great power comes great responsibility. Das API ist komplex, man muss die Doku zweimal lesen oft, aber man kriegt eine Menge dadurch. Dann noch einen kleinen Hint Layers. Stellt euch vor, ich lade ein Bild in einer VM hoch. Es kann sein, dass so viele Schritte nötig sind zwischen mir und der Hardware. Ich lade eine Datei auf einen Web Server, die läuft in einer OpenStack VM. Da ist ein X4-Dateisystem drin. Das X4-Dateisystem redet mit einem Word.io Block Device. Das Word.io Block Device wird variiert auf ein Rados Block Device. Rados Block Device redet mit Rados verteilt das Ding über mehrere Objekte. Ceph speichert auch Daten zum Beispiel auf dem File-System. Das heißt, wir haben das nächste File-System, das nächste Block Device und irgendwann kommt die Hardware. Ja. Damit Enter File. Dankeschön. Applaus Du hast ja gesagt, dass Right einen kleineren Wert zurückliefern kann und man dann das Right retryen muss. Das Verhalten kennt man natürlich zum Beispiel von Non-Blocking Sockets, wo der Betriebssystem sagen kann, ich habe in meinem TCP-Stack jetzt aber nur zwei Kilobyte Platz und nur die ersten zwei Kilobyte schon mal geschrieben, die restlichen acht Kilobyte kannst du später noch mal probieren. Gibt es irgendwo eine Garantie, dass bei Regular Files ein Short Write nur auftritt, wenn die Platte voll ist? Nee, nicht, dass ich meine, Short Write kann sogar auftreten, wenn der Syscall interrupted wurde. Da gibt es einen Fehlercode für, ja, nee, das Platte voll müsste tatsächlich einen eigenen Error Code haben. Ich meine, es gibt einen Eno Space. Er sagt ja. Ich habe glaube ich, wenn Eno Space in die Uhr glaube ich, wenn ich null bein schreiben konnte. Wenn noch ein Teil gestiegen werden konnte, bin ich glaube ich Short Bein. Okay, ich würde wetten Implementation Specific. Aber das ist fast immer richtig. Okay, Wenn keine Fragen mehr sind an der Stelle, vielen Dank. Applaus Eno Eno